hallo und herzlich willkommen zu meiner achten folge sims freeplay und ja ich mache heute noch mal sims weil ich habe also geguckt also sims kommt mir auch am beliebtesten vor das gucken glaube ich die meisten dann machen wir heute noch mal sims vielleicht nämlich heute haben noch mal landi oder asphalt auf keine ahnung zumindest war mit sims so karrierebeförderung anna weiß auf wort befördert und ist jetzt jetzt und ist jetzt feuerwehrmann levels level 2 von 5 neues gehalt sehr gut mann neuer wurde bevor ich jetzt auch 25 einige aufregende neue wöchentliche ziele warten auf dich warum sie sich jetzt gleich mal an die arbeit beendet möchte besuchen nein man erneut besuchen nein wir wollen mich einen neuen sims einziehen lassen in der wohnung hier wir dauern dass das dauert ziemlich lange wir können noch nicht okay einsammeln technisch belohnung wo ist er denn oh der hockt in der tür und hängt den kopf durch die tür will ermordet werden oder was okay so hätte benutzen auch den sims geht immer richtig schlecht so nun wir alle hierher und wir gehen jetzt zum zur neuen sims freigeschaltet neue sachen ohne ende neue toilette neue croissons lecker lecker weiter ab bewerten nein ach die sind jetzt alle hier wo will die denn jetzt sind sie geht nach hause ich wollte jetzt eigentlich wollte ich zu ihr gehen die mit dem besten haus sauber machen also die auch draußen im garten den strohraus herkommen kommt nicht her weil wir dürfen nicht gestillt sind dann besuchen wir den mal und stellen seine bedürfnisse macht eine dusche von schnell einer minute ich wollte eigentlich ist andere hause mit der darin bedürfnisse stillt aber okay okay suchen wir sie muss sich auch hier bedürfnisse stehen da machst du auch eine schnelle dusche dann gehen wir zu er hier und sie macht im internet surfen für vier minuten und drei sekunden viel spaß sind jetzt eine schnelle dusche erledigen ich hoffe dass er danach herkommen kann dann gehen wir in die stadt so ist alles ein bisschen hier können wir noch xp einsammeln wenn ihr neues immer anzieht vielleicht können wir dann mal den sportplatz oder irgendwas bauen hier können wir dann jetzt auch unseren bonus abholen oh geil wir haben diamant oder so gekriegt so dann gehen wir hier zu ihm fertig mit duschen hoffentlich kann er jetzt zur an der weißhaupt kommen hier holen er ist da sehr gut hallo ja dann waschen wir schnell die hände die junge dann auch direkt her hier hin ok dann geben wirnya folge immer das gleiche alle zueinander herholen alle was machen blablabla da lalala ömm weil es eigentlich nicht wieder hin ihr könnt mir ja mal so in die kommentare schreiben was er so was man machen soll ja was sie sind schon mal machen soll das oder was ich wo ihr drauf lust hätte keine ahnung schreibt einfach mal wenn ihr wollt das flirt mit einem sim scherzen okay dann müssen wir dafür das haus von einer weishaupt müssen mit einem anderen scherzen beschäftigt dann machst du mal hier sauber sauber machen zwei sekunden und wir gehen in die stadt zu dem mann neuer hallo wo bist du nicht zu hause stimmt oder danke die tür wieder gemacht blablabla dummkopf dann wieder die stadt genau wie ich gesagt wir machen immer das gleiche so du mit anderen scherzen wenn das haus nein wieder brauchst du bitte der schnee bedürfnisse gestellt ja wir haben gar nicht so viel geld wir haben ja da ist glaube ich geld von der stadt aber wert meiner stadt cool hände waschen so da kommt jetzt das andere haus abbrechen fingernägel wollen wir nicht waschen hier ist hände waschen sieben sekunden wie wichtig sich die hände tut sich auf den ärmel so jetzt kommt sie bestimmt kann sie bestimmt das andere haus so jetzt kommen wir hier da bist du ja dann mach kleidung ansehen wir können uns umkleiden nein man hat ja haustür zulegen ja stimmt es war etwas logisch sehr gut geht dann sollte sie soll sie soll schlafen essen kocht immer was leckeres backen hier zwei minuten los schlafen wir noch die flirten wie lange dauern das und nein haben wir wieder zu spät man das dauert viel zu lang weil dann überziehen wir dann machen wir die folge zu lang das geht nicht misst 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 ja auch aber mit einem scherzen lustig sein zehn sekunden ist das sein ist das ist ein bisschen scherzen ja ich jetzt drauf okay aber wie dich kaputt lachen aufgabe die ganze scherzen juhu das war es neue aufgabe zeit für 90 für den neuesten sim track keine ahnung aber vielleicht sollst du dafür sorgen dass keiner deiner sims einen roten pullover trägt ok kein sinn sein roten pullover tragen ok machen wir das dann muss ich eine frau mit dem pullover ausziehen dann hätten wir das auch die aufgabe ich habe mich auch geschafft so dann beschäftigen wir die mal so wie wir zur arbeit schicken den ärmsten nee der soll so was du machst ein winterschlaf von einem tag du machst sim city spielen zwei stunden für richtig richten richtige sucht richtig süchtig wo die rennt schon zwei stunden 40 zockt jetzt ja die stiegen das ist halt das ist halt das ist sim was macht ihr jetzt da die öffnet gerade sim city oder naja ganz fleißig dabei weil es stinkt nur ein bisschen ihr schläft und sie hat lecker plätzchen gebacken ist sie die eigentlich jetzt nein ist jetzt gar nicht ja toll hat der vollgebracht das hat euch kein essen gebracht dann soll sie zur arbeit gehen wollen sie wieder zur arbeit schicken oder wollen wir sie fernse gucken lassen musik hören geht alles nicht du schon dann kannst du hey also ich beschäftigt film marton keine ahnung was sein soll machen wir einfach mal zehn stunden los setzt sich dahin dieser zocken sie gucken film und er schläft Interessanter Film. Ah, okay. Okay. Ähm. Dann sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn, ja, dann lasst mir bitte like, dann in der nächsten Folge wird ihr hier einziehen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Ach, habe ich schon mal gelabert. Ja, okay, bis zur nächsten Folge. Sims Freeplay. Ciao.